Liebe Zuschauer, die hochsommerlichen Temperaturen haben Deutschland immer noch fest im Griff. Trotzdem ist aus jagdlicher Sicht natürlich wieder einiges passiert. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge DJZ News. Hütehunde zum Schutz von Schafherden und anderen Weidetieren sind gang und gäbe. Im Nachbarland Dänemark geht man dagegen ganz andere Wege. Wie die Zeitung Rheinpfalz berichtet, setzen Landwirte in Jütland seit kurzem vermehrt auf Lamas. Die spuckenden Gesellen sollen Wölfe zuverlässig fernhalten. Einen Nachteil haben die bis zu 200 Kilo schweren Tiere allerdings. Sie haben mächtig Kohldampf und sind deshalb teuer im Unterhalt. Im FKK-Bereichen geht es oft heiß her. Wilderei dürfte jedoch nicht auf der Tagesordnung stehen. Anders im Schwalm-Eder-Kreis in Hessen. Ein Jäger fand vor kurzem dort nahe des FKK-Geländes ein verletztes Stück Rehwild. Die Polizei geht davon aus, dass bislang Unbekannte in der Nacht zuvor das Stück angeschossen hatten. Die Verletzungen waren so schwer, dass der Jagdpächter das Stück erlösen musste. Krokodile in Badeseen gehören zum Sommerloch dazu wie Plätzchen zu Weihnachten. Der Notruf eines Anrufers in Unna in NRW entpuppte sich dagegen nicht als Ente. Die ausgerückten Polizeibeamten fanden im entsprechenden Teich tatsächlich ein Krokodil. Nach kurzer Zeit gab es jedoch tatsächlich Entwarnung. Das gefährliche Reptil entpuppte sich als täuschend echte Kunststoffattrappe. Kommen wir zu einer traurigen Meldung. Der vor allem sauenbegeisterten Jägern wohlbekannte DOZ-Autor und Schwarzwild-Experte Norbert Happ ist am vergangenen Donnerstag im Alter von 80 Jahren gestorben. Happ war langjähriger Revierförster im Kottenforst bei Bonn und erforschte dort jahrzehntelang das Verhalten von Sauen. Zeitlebens setzte er sich mit erfrischender Rhetorik für das deutsche Weidwerk sowie die Jagdkultur ein. Trotz Hütehunden sowie Elektrozaunen hat sich in Brandenburg im Ort Lenzen ein Wolf wiederholt an einer Schafherde vergriffen. Der Bauernbund fordert deshalb den Abschuss des Grauhundes. Bereits vor zwei Jahren wurden dem betroffenen Landwirt 23 Schafe von Wölfen getötet. Aus dem kühlen Videoraum hier im Keller des Verlages geht es nun für uns zurück an den Schreibtisch. Vielen Dank fürs Einschalten und bis nächsten Mittwoch. Bis dahin, Weidmannsheil. Bis dahin, Weidmannsheil.